Das ist nicht mehr möglich. Also, dass man von einem Kabelträger, dann über einen Aufnahmeleiter und dann erst auch Produktionsleiter und so weiter, dann zum Regisseur wird, das war bei mir schon also wirklich ein großes Glück, dass ich eben zum richtigen Zeitpunkt, auf der richtigen Stelle den richtigen Menschen kennengelernt habe. Und das war bei mir nicht. Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe. Es ist die 75. der Zeitgespräche. Wieder hier vom wunderschönen Wörthersee in Klagenfurt in Kärnten. Und mein Gast heute ist jemand, der dieser Gegend und diesem wunderschönen Raum in unvergleichlicher Art und Weise seine Stempel aufgedrückt hat und der nicht so unrecht als Mr. Wörthersee genannt wird. Herzlich Willkommen, Otto Retzer. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Aber was hast du bei Rom? Du hast mich bei 64. vorher nicht eingeladen. Naja, 75 ist eine besondere Größe und ich habe gesagt, da braucht man einen ganz besonderen Gast. Also Otto Retzer, heute in der 75. Ausgabe der Zeitgespräche, ich bin sehr froh, dass du Zeit hast. Schau, ich habe deinen Lebenslauf, mir haben gesagt, das ist ja alles wirklich gewaltig. Vater Landwirt, Mutter Briefträgerin, aufgewachsen in einem Seitental des Gerschieds Stahles, Kellnerlehrer, Discjockey, Wasserskilehrer und im Jahr 1970 hat dich der Kördelspiss entdeckt. Bis dahin ist alles richtig. Bis dahin ist alles richtig. Und du hast dann eine Karriere als Schauspieler, als Regisseur. Ich habe mir deine Filmliste angeschaut. Ich frage mich nur, wann hast du zwischendurch geschlafen? Es ist gewaltig, was da an Filmen produziert worden ist. Und du hast dann einen ganz besonderen Part gehabt. Das war das Schloss am Wörthersee. Das war, glaube ich, eine ganz große Geschichte. Also ich muss da schon dazu sagen, weil du von Karriere redest, das wäre heute nicht mehr möglich. Also das war einfach ein Kabelträger, dann über einen Aufnahmeleiter und dann erst ein Produktionsleiter und so weiter, dann zum Regisseur. Das war bei mir schon, also wirklich ein großes Glück, dass ich eben zum richtigen Zeitpunkt, auf der richtigen Stelle den richtigen Menschen kennengelernt habe. Und das war bei mir natürlich mein Mentor von Anfang an, für den ich dann auch als Regisseur weit über 80 Filme als Regisseur gemacht habe. Das war der Karl Spieß. Der Karl Spieß hat mich gesehen, da war ich Tischzocke im Schlosshotel, wo die gedreht haben, einen Sommerfilm. Und die sind immer verspäter gekommen, immer verspäter gekommen. Das Hotel war zu, es gab keine Leute mehr auf dem Strand und am Wasser. Und dann haben die den Sommerfilm gemacht. Und die haben aber auch sehr viel gefeiert. Also der Roy Black und der Spieß haben sehr gerne gefeiert am Abend und haben dann eines Nachts wirklich sehr viel gefeiert. Und dann kam der Spieß herunter. Ich war immer da halt beim Drehmal. Ich war der einzige noch Anwesende vom Hotelpersonal und wollte eine Senfgurken und eine Leberkasse. Und das gab es in einem Fünf-Sterne-Hotel natürlich nicht. Aber ich bin in meinen alten Fiat 124er geschmissen und bin heruntergefahren nach Klangfurt am Markt, habe so einen Mugl-Leberkasse gekauft, 20 Sämmeln und ein Glas ein Senfgurken. Und das war der Einstieg ins Filmgeschäft. Ja, aber da sieht man, wie bodenständig das in Wirklichkeit ist. Ja, der hat dann gesehen, aha, der hat mit dem Film gar nichts zu tun, aber der hat relativ schnell geschnallt. Ja. Und dann haben sie mir einen Titel gegeben. Ich werde jetzt zweiter Aufnahmeleiter. Das horcht sich natürlich mörderisch an. Ich habe gedacht, weiß gut, was ich jetzt wäre. Vor allem, ich bin erst später drauf gekommen, dass ich eigentlich nur Kaffeeholer war. Aber dann ist es halt immer weiter. Dann kam die nächste Nummer. Peter Wecker hatte übrigens die Regie bei den ersten Filmen von mir. Und da haben die eben im Oktober ein Playback gedreht mit Roy Black und der Anita. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Und sie sind nicht fertig geworden. Und in der Nacht kam ein riesen Unwetter, Schneefall am Wörtersee. Die ganzen Blätter waren vom Baum herunten. Jetzt können sie das Playback nicht fertig machen. Wieder falsch gedacht, der kleine Rätsel aus Löllinger gab, hat der Later genommen, hat die Platten aufgesammelt und hat die unten rein mit Dixow-Filmen die Platten aufgebeckt. Und da konnten die dann das Playback fertig machen. Jetzt war ich nicht mehr aufzuhalten. Jetzt hat auch der Regisseur gesagt, der Peter Wecker, auf dem ist mir auch angekommen. Und so hat es dann angefangen. Und kein Mensch hätte gedacht, dass ich dann beim Film bleibe, weil ich habe eigentlich super Jobs gehabt. Ich war im Winter in Kitzbühel im Drop-In-Disch-Jockey, war es ein ganz toller Jobber und hätte im nächsten Jahr was so Schiller im Seeverschwerden sollen. Und dann kam der Anruf, also beim ersten Film habe ich gleich auch eine Schauspielerin kennengelernt, die war ein großer Kinderstar vorher. Und dann, ja, und auf einmal ruft die mich an und sagt, du, der Spieß macht wieder einen Film am Wörtersee und der möchte, dass du da wieder mit dabei bist. Da bin ich nach München gefahren und da hat mir der Spieß gesagt, nein, das ist nicht ein Film, sondern gleich Filmfilme. Und dann habe ich natürlich den Job als Wasserspiellehrer aufgegeben und dann bin ich heimgegangen geblieben. Und das war ein Schloss am Wörtersee? Nein, 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 das war noch viel früher. Also da haben wir die ganzen Spielfilme gedreht mit Rudi Carell, Ilja Richter, dann die Hochwürden-Filme mit Tomala und Peter Weck. Da waren ja alle die Rang und Namen gehabt. Dann haben wir teilweise zwei Filme gleichzeitig gedreht. Das heißt, auf der einen Seite hat der Rudi Carell gedreht, auf der anderen Seite hat der Otto Schenk und der Tomala gedreht. Und da draußen ist ein Ruderboot, ein Segelboot gefahren, da hat der Chris Roberts gesungen, 17 Jahre Blondesau. Und da haben wir gesagt, du fahr da auf, du bist genau im Bild von den anderen Filmen. Zu der Zeit, diese zwei, drei Jahre waren halt am Wörtersee alle Schauspieler, die transportfähig waren. Aber bei Einschloss am Wörtersee, da habt ihr ja internationale Stars am fließenden Bandtag gehabt. Ja, aber da ist noch eine ganz lange Zeit dazwischen. Weil da haben wir ja dann die Supernasen-Filme noch gemacht. Das waren ja die erfolgreichsten Filme überhaupt, mit drei Millionen Zuschauer. Mike Krüger. Ja, Mike Krüger, Thomas Gottschalk. Und dann ist der dritte Film oder vierte Film aus dieser Reihe, Supernasen, ist nicht mehr so gut gegangen. Der hat nur mehr gehabt, 1,5 Millionen Zuschauer. Da würden es heute alle Produzenten nach Lourdes Wallfahrten gehen, wenn sie so viel zuschauen. Ja, aber du hast eben gelesen, du hast immer irgendwo 8,5 Millionen gehabt. Nein, nein, mein größter Erfolg war später einmal mit Usse Glas, dir jetzt den Christine. Ja. Da haben wir 17,8 Millionen gehabt. Ja. Aber das ist natürlich eine andere Zeit. Ja. Das ist eine andere, kann man heute nicht einmal vergleichen. Damals hat es nicht die vielen Sender gegeben, ARD, ZDF, RTL. Ja. RTL war eben auch noch nicht überall zu sehen, aber war ein Riesenerfolg. Ja. Und dann hat der Spießer auf einmal gesagt, ja, unsere Lustspiele gehen nicht mehr so gut. Jetzt haben wir eine Fernsehserie anfangen. Gesagt, getan. Und der Spießer hat gesagt, dann haben alle gesagt, ja, aber der Spießer hat gar keine Ahnung von einer Fernsehserie. Dann hat der Spießer immer gesagt, das ist ja auch nichts, als wir aus mehreren Filmen die lustigsten Szenen heraus und zusammengeschnitten. Ja. Und dann haben wir Bücher gehabt für diese Serie, ein Schloss am Werthersee. Da war eine Pressekonferenz im Casino in Feinden und wir haben da erzählt, also wir machen jetzt eine Serie und alle Bürgermeister waren groß, happy und zufrieden. Jetzt kommt eine Werthersee-Serie. Und dann hat irgendein Journalist von der kleinen Zeitung herausgekauft, wer spielt denn die Hauptrolle? Und dann hat der Spießer gesagt, Roy Black. Und da war mucksmäßig still, weil Roy Black war eben ganz am Boden. Kein Mensch hat mehr eine Platte von ihm gekauft. Er war dem Alkohol zugetan und alle waren verzweifelt, dass Roy Black die Hauptrolle spielt. Aber der Spießer mit seinen schiefen Nasen, der hat den Riecher gehabt und hat den Roy Black nicht gemacht. Aber er war ein feiner menschlicher Zug, ne? Ja. Und er hatte mit dem Roy Black vorher sehr große Erfolge gefreut und hat dem Roy diese Rolle gegeben. Und der Roy hat es gedankt. Am ersten Drehtag, schon vor dem Schlosshotel, standen da 200-300 Leute und haben zugeschaut. Und dann hat mich der Roy auf die Seite geholt und hat gesagt, du wirst sehen, wir machen einen super Hit. Und genauso war es. Dann waren wir fertig und haben zehn Folgen gedreht. Das musst du auch einmal finden, einen Sender, der dir die Chance gibt, eine Serie zu drehen, weil es hätte ja Flop auch werden können. Und dann kam eben der entscheidende Moment, dass die Serie an einem Mittwoch im Oktober gestartet wurde. Und am Sonntag kamen die Bilder am Sonntag, also diese große Zeitung heraus. Da stand auf dem Titel ganz dick drauf, lieber ins Gefängnis als zu Roy Black im Schlosshotel. Und da haben wir natürlich alle gedacht, so das war es, jetzt ist es vorbei. Und dann kam der Mittwoch und wir haben 7,6 Millionen Zuschauer gehabt. Das waren diese 7, ominöse 7,6 Millionen. Und der erste Weg, den wir dann gemacht haben, war der Spieß und ich sind mit dem Auto sofort nach München gefahren. Die Chefs von RTL kamen mit Flieger aus Köln und wir haben in einem sehr guten Restaurant in München ein paar Flaschen Shampoos aufgemacht und haben das gefahren. Und der Erfolg hat angehalten. Ja, aber da habt ihr so viele amerikanische Stars auch geholt, die bekannt waren von den großen amerikanischen Serien. Ja, das war auch wieder so eine Nummer. Der Spieß hatte damals zu der Zeit eine Freundin, die in Amerika Schauspielschule gegangen ist. Und durch die und durch ein paar Freunde kamen immer diese Namen, zum Beispiel Tellesawallas. So, den Tellesawallas haben wir angefragt. Ja, der war damals noch ein Superstar. Und den haben wir angefragt über einen Agenten. Und da hat der Agent und der Rechtsanwalt und das ganze Zeit rundherum mehr gekostet als die Grasche von Tellesawallas. Und da bin ich wieder nach Los Angeles in das Hotel Universal, weil ich gewusst habe, dass er nicht wohnt und habe zwei Nächte verbracht in der Loge. Und ich bin dann im Sitz des Eseln gesessen vor dem Aufzug, weil ich gewusst habe, irgendwann kommt er runter. Und bin dann hin und habe gesagt, Mr. Sorallas, in Austria, wir machen eine Serie und würden ihn so gern haben. Und der hat gesagt, ja, I like Australia. Sorry, nein, Austria. Aber wir müssten die Grasche ausmachen zwischen ihm und mir, ohne Agenten und so weiter. Und dann haben wir eine Grasche festgelegt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist perfekt, aber er möchte, dass seine Familie mitkommt. Und die fliegen first class. Ich habe gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Hauptsache der Zeit, ich wusste, dass seine Familie 16 Personen macht. Und dann kam er eben, hat sich verliebt an Wörthersee, hat sich verliebt in die Lisa-Filme und hat dann gesagt, also wenn ich ihn angerufen habe, ich habe gar kein Drehbruch mehr schicken müssen. Er hat gesagt, okay, ich komme und Schluss fertig. Bis zu seinem Tod. Und seine Familie kommt jetzt noch, nach 30 Jahren, jedes Jahr am Wörthersee Urlaub machen. Also so eine Verbindung haben wir gehabt. Und dann habe ich schon einen anderen Film gemacht, in Gran Canaria, wo er einen Bischof spielen hätte sollen. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Otto, das wird nichts mehr. Ich bin todkrank, also ich kann nicht mehr spielen. Aber ich schickte er einen Freund. Dann habe ich gesagt, ja, was ist jetzt? Und dann kam ein Schauspieler, der einzig lebende Schauspieler, der fünf Oscars gehabt hat. Und der kam und hat dann bei mir viele Filme gespielt. Und so kam das immer. Da hat der von Dallas, der Chef, hat im Englisch-Seater gespielt, mit der Linda Evans haben die gespielt. Das ist der Larry Heckmein. Und da bin ich mit einem Koffer mit einer Million Schilling rausgefahren und habe gesagt, einen Drehtag am Wörthersee eine Million. Und das haben sie gemacht. Ja. Bis zu seinem Tod. Jedes Mal, wenn der Herr Heckmein gesehen hat, hat er gesagt, du bist mir noch vier Millionen schuldig. Weil, der hat natürlich nicht gewusst, dass wir in einem Drehtag so viel gedreht haben mit den zwei, dass sie in vier verschiedene Folgen drin waren. Und so haben wir uns dort durchgehandelt. Ja. Aber man sieht, der persönliche Kontakt ist das Allerwichtigste. Ja, und vor allem, wir haben die amerikanischen Stars, bis heute, die werden immer angelogen. Von Agenten, von Managern und so weiter. Und wir sind gekommen, der kleine Rätsel aus dem Löllinger Graben, und ich habe die nie angelogen. Ich habe denen immer die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, wir haben relativ wenig Geld, wir können nur kleine Graus zahlen. Aber uns schwebt eben vor, dass der und der das macht. Und das hat funktioniert. Und die Serie hat funktioniert. Und dann ist eben dieser fürchterliche Tag für uns alle gekommen. Das war der letzte Drehtag von der zweiten Staffel, wo wir am Vortag in Verona gedreht haben bei 36, 30 Grad, wo der Roy Black den ganzen Tag einen Taschendieb verfolgt. Und dann haben wir noch ein bisschen was getrunken. Und dann sind wir nach Hause gefahren und mussten am nächsten Tag nur drei Autovorfahrten machen. Roy Black mit verschiedenen Autovorfahrten. War Mittag dreschlos. Wir sind Mittagessen gegangen und Roy hat eine riesen Ansprache gemacht. Er hat sich bei alle bedankt. Er ist rund. Es war im ersten Stock auf der Terrasse. Dann ist das ganze Team hinaus auf der Terrasse. Er ist unten in seinem Mercedes eingestiegen, ist weggefahren, hat dreimal geguckt und ist gefahren. Wir haben uns wieder hingesetzt zum Essen. Auf einmal geht es, tack, tack, tack. Kommt der Roy wieder rauf über die Stirn und sagt zu meinem Spieß, Karl, ich verlang nichts. Das ist ja zehn Prozent weniger von meiner Gage, aber du musst genau dasselbe Team wieder haben. Wir haben alle schon geheult und Ding. Er ist wieder gegangen, hat sich ins Auto gesetzt, hat wieder dreimal geguckt und ist weggefahren. Und am nächsten Tag haben wir bei der Bank einen Termin, wegen irgendeinem Klangkredit, ich weiß es gar nicht. Und da ist der Freund, ein Freund von mir ist dort Bankdirektor. Und ich komme da hin, der beutert meinen Kaffee auf und sagt, nein, das ist scheiße für euch. Ich sage, was ist scheiße. Er sagt, du weißt du das? Ich sage, nein, da war alles gestorben. Und das war für uns natürlich alle ein fürchterlicher Schlag, weil das war für uns alle der Höhepunkt unserer Karriere. Weil ich habe zum Beispiel, ich war Produktionsleiter, Regisseur, habe diese Gastarbeiter gespielt, am Abend haben wir jeden Tag Theater gespielt, eben noch drei Lokale gehabt. also besser kann es nicht gehen. Und ja, und dann stirbt er, ohne was zu sagen. Und dann haben wir alles versucht, das weh zu machen, haben dann Uschi Klaas genommen, Pierre Priest genommen, Helmut Fischer, alles Stars zu der Zeit, um den Reu zu ersetzen. Aber das hat nicht geklaut. Die Leute haben das nicht angenommen und der große Erfolg war weg. Aber ihr habt es ja, ihr habt es ja für die Region, ich meine, ich frage, ich interviewte ja jetzt da in meiner politischen Funktion, ihr habt es ja für diese Region Unglaubliches an wirtschaftlicher Leistung gebracht, oder touristischer, vor allem, das ist ja die Bekanntheit sozusagen, oder der Inbegriff des Wörters, das war ja dann ganz enorm. Ja, das ist ja das Wunder, dass es nach 30 Jahren, jetzt ist es 30 Jahre her, die Leute noch immer Wollfahrten kommen und die Busse herfahren und aussteigen und die gehen hin und schauen sich das Schloss an, schauen sich in der Zwischenzeit das Denkmal vom Reu Pleck an, meine Hände sind auf, also die Abgüsse von meinen Händen sind auf der Schlossmauer und das sind noch immer noch 30 Jahre. Die Leute, das, also jetzt läuft sie wieder im ORF und jeden Tag schauen sie wieder Vormittag da rein und dass man den Reu noch so verehrt. Ja. Es gibt ja viel größere Chansonniere oder Sänger, zum Beispiel Udo und so weiter. Ja. Aber der Reu hat dann ein bestimmtes Klientel von Fans auch gehabt. Aber mit dem Udo hast du auch immer gute Verbindungen gehabt. Der ist ja auch sehr kräftig oder sehr typisch da in der Region. Das war ja dann mein letzter Haken, dass ich gesagt habe, jetzt probieren wir es noch einmal und ich tue den Udo Jüngst dazu. Da habe ich aber übersehen, dass der Udo ein viel besserer Sänger war, aber ein viel schlechterer Schauspieler wie der Reu. Und das hat auch nicht funktioniert. Und dann haben wir überhaupt einen Fehler gemacht. Das habe ich dann nicht mehr gesehen. Die zwei Jugos, die so beliebt waren und so Stars schon in der Zwischenzeit waren, haben dann immer eine größere Rolle gekriegt. Und das ist ganz schlecht. Zwei so Puffer, so wie der Theo Lingen und Oskar Sima. Die sind immer gekommen, haben ihre Witze gemacht und sind wieder verschwunden. Wieder gekommen, witzig gemacht und wir haben immer eine größere Rolle gekriegt. Und das ist schlimm. Das habe ich nicht begriffen, weil ich war zu nahe dran und das war ein Fehler von mir. Und Gott sei Dank kam mir dann aufgehört. Aber du hast ja dann nicht nur hier in Österreich oder in Deutschland oder am Werthersee gedreht, sondern auch in der Dominikanischen Republik, die Klinikum der Palmen. Und da bist du ja sogar Ehrenbürger von Puerto Plata geworden. Ja, weil... Aber ich glaube nicht der einzige Ehrenbürger. Nein, nein. Ich bin auch von Löhling Ehrenbürger und von St. Gil. St. Gil? Ja. Da habe ich einen Hochwürdenfilmer sehr gut gemacht. Ja. Aber in Puerto Plata, das ist ganz einfach. Ich habe ja in Puerto Plata haben wir vier Jahre gedreht. Ich habe zwei Jahre die Dominikanische gedreht. Da bin ich hingekommen durch einen Falco. Der Falco hat zu mir gesagt, du musst, weil ich vorher habe, Thailand und, und Thailand, Indien, also schon vier Länder gehabt. Und da kam der Falco und gesagt, du musst in die Dominikanischen kommen. Dann haben wir dort die Klinik aufgebaut. Dann haben wir ein zweites Jahr gedreht. Am Ende von der ersten Staffel haben wir die Klinik angezogen. Die sind Flammen aufgegangen. Und die ist aber so gut gelaufen, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir noch ein Jahr. Dann haben wir wieder eine Klinik neu aufgebaut, zweites Jahr. Und dann kam Kuba dran und mit den Kubanern haben wir Riesenprobleme gehabt. Das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, weil die kamen mit dem Bau nicht in Gang. Es gab keine Nägel und keine Dinge. Dann habe ich gesagt, okay, dann tun wir die Klinik auf derselben Halbinsel, nur an der anderen Seite, bauen wir eine andere Klinik auf und machen die ganzen Klinikgeschichten auch in der Dominikanischen. Das heißt, die Klinik, das war alles Kulisse? Das war alles Kulisse. Wir haben ja, das war alles von uns gebaut immer. aber wir haben die besten Maschinen mitgehabt von Firmen aus Deutschland. Die haben die vierte, also OP oder was man da alles braucht. Wir haben richtig Operationen drehen. Die ganzen Maschinen da gehabt, die waren eingestellt. Ich konnte alles zeigen, Herzstuhlstand, Ding, alles. Ja. Und dann, immer zum Ende von den Dreharbeiten, haben wir im Auftrag von dieser Firma diese Maschinen einem kleinen Krankenhaus geschenkt, was natürlich für die ein Wahnsinn war, weil das waren die absolut neuesten Ultraschall und die haben wir immer diesem Land geschenkt. Und jetzt hat Porto Plata natürlich dreimal das bekommen und daraufhin war der Bürgermeister so angetan von mir, dass er mich zum Ehrenbürger gemacht hat. Also ich könnte begraben werden umsonst in Porto Plata, in St. Grün oder in Löllingen. Aber du hast ja schon in, weiß ich, in 40, 50 Jahren einen Begräbnisplatz, hast du ja laut Kurier schon in Maria Wörth ausgesucht mit Aussicht. Ich schaue immer gerne am See aus und habe jetzt Gott sei Dank das Glück, dass ich ein Haus am See habe, wo ich ganz traurig sein kann. Da reden wir in Jahrzehnten weiter. Ehrenbürger von Porto Plata, goldenes Ehrenzeichen verdienst im Republik und den Franz Antl Preis. Franz Antl auch in deiner Karriere große Rolle? Ja natürlich, weil der Franz war natürlich, also er war ein Sir und der war zum Schluss, ich muss dir vorstellen, der war noch älter wie ich jetzt bin, der war 82 Jahre alt, da haben wir in Seefeld eine Winterserie gedreht und da war er natürlich auch schon behäbig und da war meine größte Aufgabe, dass ich ihn in der Früh immer zum Drehen gebracht habe, immer im blauen Himmel. Und ich habe gesagt, Franz, wir müssen jetzt. Ja. Und er hat immer gesagt, heute wird es nicht, da ist kein Wetter. Und er war ein super Typ, also wirklich. Und er hat diese ganzen Frauengeschichten, die er dann gehabt hat, der ist immer kreist mit einem Koffer voll mit Frauenstuhren, das muss man sich heute vorstellen. Er hat immer vor seinem Hotelzimmer Frauenstuhren, dass das ganze Team gedacht hat, er hat Besuch. Ja. Das war eine andere Zeit, aber das ist ja auch so, ich bin ja ein riesen Macho gewesen, auch als Regisseur, ich war ein Haasleifer, also wenn ich in der heutigen Zeit Regie machen müsste, bei so großen Filmen, ich wäre zehn Monate mehr im Gefängnis. Ja. Also diese mit Du Geschichte, die würde ich nicht überleben. Naja, da hat sich viel geändert. Ja. Aber alle Damen und Frauen, die damals mit mir, oder heute noch drin sind, ich bin mit allen befreundet. Also da rund um den Wörtern, gibt es ja glaube ich niemanden, der die nicht kennt, oder? Naja, es ist so, dadurch, dass ich jetzt so alt geworden bin und einen Bruder habe und so weiter. Die amerikanischen Verhältnisse sind noch sehr jung. Es geht schon viel Leid vorbei, aber meine Stimme kennen sie alle. Ja. Also wenn sie das Gesicht nicht mehr kennen, aber die Stimme. Ja. Und wie ist jetzt, wie würdest Du die aktuelle Situation im Film einschätzen? Jetzt haben wir schon ein bisschen geredet über das, was nicht mehr mehr geht, aber wie schaut es sozusagen mit dem aktuellen Film in Deutschland, in Österreich aus, Unterhaltungsbereich? Was ist dann möglich? Ja, es ist möglich. Schaut, es ist natürlich viel leichter geworden, als wir zu meiner Zeit. Also zum Beispiel, wenn ich meine letzten großen erfolgte Traumatests gemacht habe, rund um die Welt, dann haben wir einen Kran mitgehabt für die Totalen. Der war acht Tonnen, also 8.000 Kilo hat der Kran gehabt. Ja. Den haben wir für jede Totale müssen aufbauen. Da waren fünf Beleuchter, vier Stunden. Heute hast du eine kleine Drohne, der dreht die Drohne hin, der fährt da vom Zaun aus, macht eine Totale in zwei Minuten, die schönste Totale dabei. Wir haben überall Hubschrauber müssen engagieren, dass man schöne Aufnahmen kriegt. Und die Drohne, die fliegt das ab. Und kann Schoten, ne? Herrlich. Ja, ja. Also da hat sich viel getan. Es hat sich viel getan. Mein Sohn ist ja auch in meinem Geschäft. Meine Tochter wird jetzt eine ganz berühmte Regisseurin, hat eine ganz tolle Filme jetzt gemacht und hat Angebote, die hat das wirklich gelernt. Der Papa war ein Beispiel gegeben. Ja, die ist Kathrin geworden. Das heißt, du musst jetzt den Chef und eine Pickel auf. Ja, ja. Und die hat das so toll gemacht, die besten Filme geschnitten. Und jetzt, ich werde sie Regisseurin. Super. Mein Sohn ist Producer. Mit so einem Fotoapparat macht man heute eine Spielfilme. Ja, ja, ja. Das ist einmalig. Ja, ja, ja. Bei uns haben zwei Assistenten nur die Koffer getragen, den ganzen Tag. Das ist viel leichter geworden. Natürlich, was du halt so einen Film noch immer brauchst, ist ein Drehbuch. Und bei unseren Drehbüchern haben die Leute immer gedacht, uns ist was passiert, dass wir selber das Drehbuch nicht verstanden haben. Aber die Filme werden halt nachher geschaut. Also muss er schon was gehabt haben. Ja, ja, ja. Uns ist halt nichts passiert. Also wir haben schon genau gewusst, was wir gemacht haben. Ja. Und ja, bis heute läuft das gut. Und jetzt meine letzte Geschichte, die ich jetzt dann machen wollte, da kommt auch wieder der Roy Black ins Ding. Ich wollte dann, weil so viel immer gesagt wurde, wie ist der Roy Black gestorben und wieso ist er gestorben in 1942. Da habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Dokumentation über das Leben von Roy Black. Das habe ich dann gemacht. So ehrlich, wie ich das gewusst habe. Über seine schlechten Zeiten, über die guten Zeiten. Das war ein Riesenerfolg. Dann habe ich gedacht, naja, wenn ich das schon in Roy gemacht habe, dann muss ich natürlich meinen wirklich besten Freund, den Udo machen. So, und in der Zwieszeit habe ich fast alle Stars, die tot sind schon einen Film gemacht darüber. Jetzt habe ich schon Lebende, jetzt habe ich schon über den Gottschalker einen Film gemacht und über den Usi Glas. Und jetzt mache ich gerade auch wieder meinen alten Freund, den Peter Kraus, der wird nächstes Jahr 85 Jahre alt. Aber der ist ja noch immer hoch aktiv. Ja, deswegen mache ich den Peter Kraus. Weil das ist ein Wunder, wenn man mit 85 Jahren so fit im Kopf, im Körper sein kann und die Leute noch so begeistern. Das ist ja wieder, was mich freut, weil ich bin jetzt 78. 78 ist nicht so schlimm, tut nicht weh, aber in zwei Jahren bin ich 80. Das ist die Katastrophe. Also das ist schon ein Einschnitt. Aber das macht dann wieder Spaß, wenn du siehst, dass ein anderer mit 85 noch so gut drauf ist. Absolut, das soll ja Motivation sein. Lieber Otto Rätzer, vielen Dank. Was magst du, wenn du nicht gerade beim Film bist? Ich schreibe gerade ein Buch, ich schreibe gerade ein Buch, das heißt Meine Traumhotels in Österreich. Ja, mit dem Kolon. Genau. Und das schreibe ich selber. Und weiß ich aber nicht, jetzt kommt der Kran, der wird jetzt wirklich ein runtergelassen, ein Seil und die werden wir dann rausnehmen, weil sie gedacht haben, ich will es nach der langen Zeit nicht mehr selber aufstehen. Ja, und da habe ich einen großen Fehler gemacht, weil das habe ich versprochen, ich fahre zu jedem von diesen 33 Hotels, habe ich gesagt, ich fahre zu jedem Hotel hin und mache die Fotos dort mit den Wirtsleuten, mit dem Koch und das. Jetzt habe ich ja vergessen, dass eine Hotel ist in Burgenland, das eine ist in Vorarlberg und da muss ich im Winter mal hinfahren und im Sommer mal hinfahren. Also das ist ein bisschen... Aber eine gewaltige Herausforderung. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und dann habe ich so viel zu tun. Jetzt schreibe ich einen Drehbruch noch. Einen Film möchte ich noch machen, einen Wilderer Film. Einen Wilderer? Ja. Na ja, dann ist eh schon... Wo ist so eine reale Geschichte für Filme? Nein, einen wirklichen Doppelmörder von dort, wo ich daheim bin. Ja. Die Geschichte möchte ich noch machen. Jetzt kommt der Aufzug, wo sie mich weggeben wollen. Nein, das machen wir nicht. Lieber Otto Rätzer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Alles, alles Gute, einen schönen Sommer noch und viel Erfolg beim Buch und bei allem, was du dir vornimmst. Wunderbar. Du brauchst noch nicht kommen, ich kann noch gehen. Also, danke dir. Danke dir. Das ist sehr wichtig. Danke dir, Fuhrse. twelve, bitte nehm ich mir gleich noch mal schütteln. Bitte? ... ...